Willkommen zurück bei ARK Survival Evolved mit Mario und Anni. Na aber ein wunderschön. Und ganz vielen Allos. Ganz viele Allos, wie immer am Start. Die Parade sieht schon echt geil aus. Also die sind echt cool. Anni, was hast du vor mit der Armbrust? Ich wollte nur mal kurz gucken, wie sich so eine Armbrust anfühlt. Jetzt hier schwein ich in der Mitte oder was? Ja komm, fang den Ball, fang den Ball. Ach Hiro, warum stehst du denn auf? Richtig gut. So nein, wir haben noch keine Zeit, wir müssen ins Kinderzimmer. Keine Zeit für Spielereien hier. Gleich schlüpft ein Baby. Mal wieder, wir hatten ja lange keine. Ja, mindestens ein Petri Baby, hoffentlich aber mehr. Von Thora und Valkyrion. Starke Eltern. Oh, da stand ich gerade kurz hier drauf. Auf dem Dimorph. Es tut mir leid. Du wirst schon sehen, wenn er den Zier beißt. Oh, aber der ist jetzt schon juvenile. Cool. Ja, das ging echt schnell, muss man einfach mal sagen. Der Kleine. Thora und Valkyrion. Mal gucken, was für Nachwuchs wird. Hoffentlich was Gutes. 187 und 199. Ja, das ist ja nicht das Grundlevel. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war trotzdem gut bei beiden. Es kommt ja darauf an, was für Stats er bekommt. Wir werden es sehen. Wenn er die ganzen Top-Stats von den Eltern bekommt, dann könnte ein hohes Level mehr rauskommen. Ich bin gespannt. Es geht auf jeden Fall gleich los. Wahrscheinlich kommt der gleiche Level 130 oder so. Ja. 70. Oh, ich halte schon mal die Fackel. Moment. Licht. Ja. Direkt gegafft von allen Seiten. Da ist es. Es fliegt gleich los. Und es hat die geile Farbe gekriegt. Cool. 152. Das ist aber auch in Ordnung. Wer will imprinten? Ich mach mal. Mach mal. Ach süß. Aber das ist ja geil. Wirklich die schöne Farbe von Thora. Richtig cool. Ja. Das stimmt allerdings. Und gut Damage. Wie viel? 275. Ja. Das ist echt okay. Ja. Und vor allem ist er noch nicht mehr fertig. Wenn wir noch das Imprinting-Kind bekommen hier beim... Geht dann noch ein bisschen mehr. Beim Aufziehen, dann kriegt er noch ein bisschen was. Lebenspunkte hätten noch ein paar mehr sein können. Aber gut, das ist in Ordnung. Oxygen. Na klar. Na, Lebenspunkte und Stamina ist für einen Petri gar nicht so verkehrt. Stamina sieht gut aus. Ja, auch die Lebenspunkte sind nicht so schlecht. Also das sind jetzt natürlich keine Top-Stats, aber... Fürs erste Baby ist es in Ordnung. Ist schon okay. Na, er hält erstmal die Fackel drauf, ey. Bei mir steh ich daneben. So. Aber nicht, dass hier gleich im Dunkeln steht, das Kleiner. Ne, das wollen wir nicht. Hier fehlt so ein bisschen Licht im Kinderzimmer. So. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Was soll denn das? Ja, aber gucken. Wir haben doch bestimmt noch so eine Lampe irgendwo. Ja, Standing-Tort ist Ohne Lampe im Schrank hier um die Ecke. Damit die Kleinen nicht vollkommen im Dunkeln rumhängen. Hier stehen nur noch. Small. Ah, hier mal eine große. Ja, super. Die zwei Zwerge hier. Ja, dann mal ein bisschen Babypflege betreiben hier für die Kleinen. Bauen wir hier hinten in die Ecke. Super. Tolle Beleuchtung. Geil. Ja, toll. Der läuft hier. Richtig gut. Ich wollte eigentlich den Dimorphodon mal ein bisschen nach vorne zotteln. Der läuft aber nicht mit. Hä? Warum läuft denn der nicht mit? Ach doch. Ich hab so das Gefühl, dass die auch schon mal heller waren. Ja, auf jeden Fall. Wir können natürlich dann hier diese Monster-Laternenstrahler hier reinbauen. Damit man hier richtig blind wird, wenn man reinkommt. So. Direkt gleichzeitig ein Verhörraum hier. Aber wirklich. Das war echt krass, dass das so wenig Licht macht. Hm. Wer weiß. Na gut. Ich meine, bei den anderen haben wir immer relativ viel davon rumstehen. Gleichzeitig. Ja, vielleicht kann man noch eine zweite hinstellen. Das ist wirklich duster. Also da hätte ich jetzt als Baby hier ein bisschen Angst, ne? Ein bisschen, ja. Aber da können die doch, da können die doch schön schlafen. Nein. Die sind aber jetzt hellwach. Mit Jalousie und so. Mit Jalousie. Das Leben ist spannend. Ich hab mal Grumpy geklaut. Ach ja. Und gehst du jetzt schon ausladen? Ja. Okay, dann geh ich jetzt wieder Stein sammeln. Dann mach ich das so und, äh, komme hoffentlich pünktlich wieder, wenn der Petri Hunger hat. Habe ich hier noch ne Fackel? Wir haben übrigens, äh, noch Pläne für unser Gewächshaus. Das soll ja ein bisschen extravaganter werden. Ob es dann funktioniert, wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Aber das, äh, soll so ähnlich werden wie der Vogelturm auf dem alten Server, falls sich da jemand dran erinnert. Also quasi doch schon, äh, nicht einfach nur viereckig. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe ja schon. Das würde nämlich richtig geil aussehen. Da ist schon wieder ein Quetzi-Ei. Was ist denn los? Da hat man auch ein vernünftiges Gewächshaus und auch vor allem mit einer Menge Platz drin. Ja. Aber da müssen wir noch mal gucken, ob das hinhaut. Vor allem braucht man erstmal ein Material dafür. Weil der Turm, wenn man jetzt alles mit Kristallwänden bauen wollen, also Glaswänden, das könnte etwas teuer werden. Da ist schon äh, ist das krass. Bring mal hin. Bring mal hin, schaff mal. Also heute ist auf jeden Fall die Eierproduktion wieder auf Hochtouren. Gerade wieder ein Quetzi-Ei gefunden. Wieder zwei T-Rex-Eier. Heute schon, glaube ich, drei andere gefunden. Mhm. Krass. So, dann mach ich jetzt eigentlich mal das, was ich eigentlich letztes machen wollte. Nämlich? Nämlich das Lagerhaus etwas annisicher bauen. Annisicher. Ja, damit du nicht irgendwo runterfällst. Das kennste ja schon, ne? Mach ich gerne. Ist ein Hobby. Wir brauchen neun Ceilings, ne? Für ganz oben. Und dann nochmal vier. Ähm. Also beim Turm meine ich jetzt. Ach so. Du meinst jetzt den Abwehrturm. Ja, neun Ceilings. Oben, also sind... Na doch, es sind neun Ceilings. Oder sind es ne sechs? Ne, es sind neun. Ja. Also quasi 16. Nein, eigentlich sind es elf. Plus eine, plus ein Hedge-Frame. Beziehungen zwei Hedge-Frames. Ach, stimmt. Stimmt ja. So was drauf. So komisch. Also ähnlich, also wieder mit so einem Zwischen... Mit so einer Zwischenstufe quasi. Mhm. So, wir hüpfen mal hier runter. Ja, dann bauen wir es jetzt einfach mal ein bisschen sicherer, dass man hier auch nicht runterfallen kann, so ohne weiteres. Mhm. Nicht, dass man hier aufsteht vom Essenstisch und dann direkt runter purzelt. Mal schön den Mehl aus dem Trinkhorn hinter sich gebracht hat. Mhm. So, also der Petri hat jetzt 15 Stücken Fleisch drin. Das sollte wohl ein paar Minuten halten. Ja, das, wir sind ja auch in einer Nähe, ist ja auch nicht das Problem. Ja. So. Ich hoffe wirklich, dass dann Anni sicher ist, aber Anni findet sie wahrscheinlich trotzdem den Weg runterzufallen. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Wir gucken mal, was da so los ist. So, Haris. Du kommst diesmal mit. Haris kann ein bisschen mehr tragen als Blizzard. So, wo dann einmal ganz nach oben, da können wir nämlich oben schon mal den Landeplatz vorbereiten. Der muss nämlich auch noch gesichert werden. Mhm. Oh mein Gott, der ist aber gespeichert. Und ich falle runter. Au, 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 au. Au. Oh nein. Oh, hast du Glück gehabt. Hast du es überlebt? Ich hab schon geguckt, ob die Nachricht kommt. Ich bin gerade beim Runterfallen direkt auf dem Pillar geknallt. Hast du Schaden gemacht? Also mit dem Auge hängen geblieben. Au. Hades? Hades, wo bist denn du? Ja, hier fehlt auch noch so der Weg von hier unten nach oben, ne? Also man muss jedes Mal den Weg außenrum nehmen. Ist schon ein bisschen blöd. Och, Hades, ey, ehrlich jetzt. Fiber, das gibt's doch nicht. Fiber? Also wir hätten die Fiber. Mhm. Und dann fehlt's noch. In der Tasche. Was ist denn los hier, man? Ich komm schon wieder nicht hoch. Zu unsportlich. Ich rutsche mal wieder runter. Ja, da musst du richtig rüber laufen. So was nähert sie hier? Was hat denn Hades heute für ein Problem, sag mal? Hades, komm jetzt mit. Ja, das ist noch nicht so ganz optimal gebaut hier an der Stelle, aber das macht nichts. So, schwupp, einmal drüber. Hab ich das Gelände eigentlich letztens schon gebaut? Ja, hab ich schon. Ich wollte auf jeden Fall die Landeplattform da etwas dekorieren, damit das nicht so passiert wie mir gerade eben. Ich bin dafür, dass wir da auch was draufschreiben auf die Landeplattform. Äh, das könnte schwierig werden. Also ich würde es auch gerne machen, aber es könnte schwierig werden. Na, wie viele Sealings sind das? Ja, Sealings sind genug da. Naja, dann kann man doch da irgendwie ein paar Sealings einfärben. Naja, das Problem ist, es sind ja manche überlappend gebaut. Ach so, shit, nee, dann sieht das wieder blöd aus. Also wir können es testen. Das sollte eigentlich gehen. Da könnten wir vielleicht irgendwie ein Haar oder sowas draufkriegen. Ja. Einfach High. High. High könnte man auch machen. Stimmt. Ja, wir probieren uns da einfach mal aus. Oh, und es ist kalt im Schneebium. Ich sehe den Eiswürfel. Das habe ich über lange nicht gehabt. Wie kalt ist denn das hier? Minus drei Grad. Dabei habe ich doch Zeug an. Was soll das? Wir sind kälter geworden bei uns. Ja, irgendwie. Winter is coming. Bin gerade verwirrt. So richtig. So, Harles. Schnapp sie dir. Oder auch nicht. Schnapp sie dir alle. Ja. Bin gerade verwirrt. Warum sieht denn das so anders aus da drüben? So, dann habe ich alles. Mhm. Naja. Egal. Ach, hier hängt ein toter T-Rex rum. Aha. So, Harles. Jetzt zeig, was du kannst. So, dann können wir jetzt hier oben nämlich entsprechend kleine Lampen platzieren. Sieht bestimmt geil aus im Dunkeln. Da muss ich mich ein bisschen ran halten, bevor es hell wird. Ja. Damit wir das noch sehen können. Ne, ich muss auch vorbeigucken. So. Ist ja noch nichts zu sehen. Warte mal, wo ist das denn hier? Hier, hier. So. Ey, was ist denn hier heute schon wieder los? Fünf. Fünf. Ganze fünf kann ich herstellen. Ist ja nicht so viel. Fehlt nämlich noch ein bisschen Metall. Ach, genau. Ich brauche eine Fackel. Ja. Ja, ich habe ja auch nur eine halb kaputte. Sag mal, Hades ist Hades auf Passiv? War Hades nicht einer derjenigen, die aktiv waren? Ich habe ihn nicht auf Passiv gehört. Ach man, ne. Anscheinend. Ja, muss der Dödi das jetzt machen. Hades wehrt sich nicht. Das ist ja klasse. Ist ja richtig großartig. Der Dödi. Oh Mann, ey. Aber der schafft das, oder? Ja, der muss das schaffen. Ne, aber Hades wehrt sich halt auch gar nicht. Ja, dann steig doch einfach ab und... Hab ich gerade. Dann habe ich auf die Fresse gekriegt und das war dann nicht so cool. Das ist nur ein scheiß Geier. Ja. Du, der tut mir aber weh, der blöde Geier. Steig ab, renn zu Hades, steig auf und beiß ihn kaputt. So, gar kein Problem. Hades, komm her. Aua. Ja. So, Hades, jetzt komm mal her. Das geht nicht, dass du hier auf Passiv bist. So nicht. Nein, nicht aggressiv. Bist du irre? Oh, scheiße. Nein, komm her. Jetzt macht direkt alles Platz. Nein, komm her. Ach, scheiße. Der rennt jetzt erstmal los. Naja, ich krieg den schon. Ich renne hinterher. Mann, das ist nur so blöde dunkel hier. Komm mal ein paar Fackeln, dann bring ich mich vorbei. Ach, komm rauf hier, Mann. So, ja, Fackeln sind immer gut. So, dann haben wir jetzt... Ich habe 30 Lämpchen gebaut. Das sieht bestimmt geil aus, wenn wir das alles dekorieren. Ja, bestimmt. Was sagt die Zeit im Spiel? 1.06 Uhr. Das ist schon mal in Ordnung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Zeit für die Lampen. So, mal kurz. Wann wird es hell? 5, 6? Also... Das variiert so ein bisschen. So, neutral. Alles wieder im Lot. So, Hades, du darfst mir aber wieder folgen. Boah. Kann eine Ecke dauern hier mit dem dekorieren. Boah, das wird immer kälter hier. Schon minus 8 Grad. Ich baue mir hier gleich ein Lagerfeuer. Ja, das sieht jetzt schon von oben ganz gut aus. Wanni, wo bist du denn? Äh, ich bin mitten auf dem Berg. Ich guck grad mal, ob hier irgendwas ist, ähm, als Orientierungspunkt. Ist irgendeine... Ach ja, bei diesem Durchgang. Dort, wo die Steinstrukturen sind. Bleib da einfach mal stehen. Ja, Hades, wie bist du denn da jetzt reingelatscht? Sag mal. Ist ja spannend hier. Da bist du. Siehst du mich? Ach, da bist du. Ja, Hades hat sich schön hinter die Steinstrukturen gesetzt. Das ist natürlich richtig nervig. Nur Schreckenspielen. Fackeln kannst du ja rausnehmen, wenn du willst. Jo, jo, jo. Dankeschön. Ich hab mir gleich mal zwei genommen jetzt, ja? Jo. Cool. Oh, das steht da drin, ja. Ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wie ist denn der dahinter gelaufen? Tja. Offline Damage Prevented. Das ist manchmal wirklich ungünstig. Aber Hades, du kommst ja auch so raus. Ja, wenn er reingekommen ist, kommt er auch wieder raus. Naja, eben. Deswegen muss ich nur mal gucken, wie er da durchgekommen ist. Im Normalfall. Ja, ich glaub, der ist einfach über so einen Pillar gelatscht. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall schwierig aus. Ja, sieht ein bisschen schwierig aus. Oh. Da stand auf einmal ein Mammut im Weg. So, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Oh mein Gott. Mal kurz nach oben und mal schauen, wie es... Ja, das sieht doch geil aus. Schöne Landefläche. Hier. So, mal kurz gucken. Alternativ können wir natürlich auch, wenn wir das hier einfärben, können wir alternativ natürlich auch Lämpchen drum umbauen. Mhm. Das ist ja dann, weiß ich nicht, 30 kleine Lämpchen oder sowas, die dann irgendwie ein Haar darstellen. Können wir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Die stören ja auch eigentlich nicht. Ne, eben. Man rennt ja durch und so. Das heißt, man steckt ab und sammelt sie gleich ein. Das kann ja durchaus vorkommen. Ja, okay. Das, äh... Ach cool. Ich habe die Stelle gefunden, wo man durchlatschen kann. Na, das ist ja interessant. Der eine Stein ist so verwackt. Super. Ey, Hades, du könntest auch mal stehen bleiben. Was ist denn jetzt mit dir hier nicht in Ordnung? Sag mal. So, jetzt haben wir es auch gleichmäßig gebaut. Sehr schön. Wo läuft der denn hin? Ja, doch. Sieht ziemlich cool aus. Ja, auch nochmal kleine Informationen zum Stream am Samstag. Ähm. Wir haben da ein bisschen was geplant, ein bisschen was Spezielles. Also wird nicht Valhalla sein, sondern die Island. Und zwar werden wir dort dann mal mit Primitive Plus starten. Mal gucken, wie es läuft. Neho ist auch mit am Start. Und da werden wir dann gemeinsam ein bisschen versagen im Stream. Mit Primitive Plus. Wir kennen uns gar nicht aus mit dem Mod. Also nur wirklich ganz kurz mal fünf Minuten reingeschaut und das war's. Ähm. Werden wir jetzt auch nicht hier nochmal großartig vorher angucken. Denn einfach überraschen lassen. Ja, eben. Was da so los ist. Ist ja mal ein bisschen die Spannung erhalten bleibt und sowas. Ist immer ganz lustig, wenn man halt neue Sachen erlebt, die man vorher noch nicht kannte oder sonstiges. Mal gucken, wie oft versterben werden. Welten werden angenommen. Hö. Ja. Ach schön. So. Vielleicht schaffen wir es ja auch gar nicht zu sterben. Das wäre richtig cool, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen. Also, ich sag mal so, ne. Wir haben Anni am Start. Wir haben Anni am Start. Nee, wie immer. Wir haben Anni am Start. Aber Hades ist jetzt eigentlich auf Passiv. Ach, er folgt dem Dödi. Ach, scheiße. So, dann hol ich mal ein bisschen Zeug raus. Ich hab noch sieben Lampen übrig. Die kann ich mal irgendwo reinpacken. Ist halt die Frage, ich bin überlegen, ob man das Geländer noch eins höher zieht. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, glaube ich. Ach, Hades, du Bob, ey. Hades ist ein Bob Rex jetzt gerade, ehrlich. Jedes Mal rennt der wieder dahinter. Komm her, du Rex. Ein Bob Rex. Das ist ein Bob Rex. Der ist gerade total bobbig drauf. Der rennt jedes Mal hinter diese Böden. Was ist denn bobbig drauf sein für einen Gemütszustand? Dumm. Nein, das ist kein Gemütszustand. Das ist einfach nur bobbig. Dumm. Dumm. An alle Bobs da draußen. Sorry. Naja. Ausgenommen Bob Ross, ne. Der ist toll. Ich kenn tatsächlich auch einen Bob. Der heißt auch richtig Bob. Der heißt Bob. Na gut, okay. Dann, äh, diese Bobs sind ausgenommen. In unserem Freundeskreis hat sich das etabliert, dass man, äh, wenn jemand irgendwas Blödes macht, sagt, ey du Bob. Ja. Also ich weiß davon nix. Du weißt davon nix. Ich kenn das aber auch. Und ich kenn den Freundeskreis auch. Ja, aber das hast du ja wohl mitgekriegt. Es hat sich nie durchgesetzt, das sagt nur Stefan. Äh, nein. Es sagt auch Vicky. Es sagen auch die anderen. Nein, das sagt kein anderer. Du musst vielleicht mal zuhören, wenn die Leute sich miteinander unterhalten. Also Kerstin und Preet zeigen das nicht. Zwei von 5000. Guck, ich hab irgendwie wieder sterbe. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Hier vorne krieg ich leider kein, äh, Railing mehr obendrauf, weil's da Obstructed ist. Das macht aber nischt. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal den Bereich etwas sicherer gebaut, da kann man nicht mehr runterfallen. Dann könnte ich ja. Hier? Soviel zum runterfallen. Juro springt gerade wieder in den Tod. Zum Glück ist er noch nicht so hoch. Ich bin ja auch wieder am frieren. Ist natürlich die Frage, da muss ich ja dann, da muss ich ja dann hier von, äh, von Hope muss ich ja dann hinten die Rampen kaputt machen. Sonst ragen die ja durchs Dach, wenn man da parkt. Achso. Gartig. Gartig schlecht. Ja gut, aber die Rampen sind ja nicht das Problem, die kann man ja abmachen. Oh, hättest du wohl wieder hängen hier oder was? Mann. Kennen wir ja schon. Also diese Hitbox von den Quetzis ist auch echt phänomenal scheiße. Muss man ganz höflich auch so drücken. Da liegt ein Quetzi hier, da nehme ich gleich mal mit. Schon wieder. Irre. Die sind wirklich fleißig heute. Fleißig dabei alle. Ach, da falle ich direkt wieder runter, man. Es ist einfach zu dunkel. Warte, ich kann doch die Fackel hier hinschmeißen, ne? Ja, sehr gut. Ja, stimmt. Die bleibt ja liegen. Ah, das, ah, siehst du, das vergesse ich auch immer, dass man das ja eigentlich machen kann. Schön die Fackel liegen lassen. So. So, Rampe kaputt. Gut. Ihr kommt voran, ja? Bei dem, was ihr da tut? Ja, ich habe gerade hier ein bisschen das Geländer gebaut auf der Landeplattform. Mhm. Und parke gerade die Quetzis um. Bei mir geht's so. Ich bin ziemlich lahm. Wie immer eigentlich, ne? Ja. Kennen wir ja schon. Ja, da müsste man natürlich gucken, dass wir euren Oviraptor aufs Dach bekommen. Oh, Oviraptor aufs Dach. Mhm. Warum aufs Dach? Damit die Quetzis vernünftig Eier legen. Achso. Da bräuchten wir jetzt nur noch ein Mädchen, ne? Ja, das ist das Problem. Garlchen, komm mit. Aber die Nacht ist bald um. Es ist schon kurz nach vier hier im Spiel. Es wird auch langsam hell, man sieht es. Es wird hell, ja. Ja, man kann die Fackeln schon wieder ausmachen. Es ist zu kalt, dann nicht. Aber sie geht auch schon wieder. Ja. Ja. Der Morgenhimmel naht. Oh, da vorne sind Säbelzahntiger. Auch schön. So, solange es noch ein bisschen dunkel ist, guck ich mal bei Mario vorbei. Ja, das Dach ist auf jeden Fall gut beleuchtet an den Seiten. Ach ja, geil. Das ist echt geil. Da komm ich auch gleich nochmal gucken. Wenn ich denn hier unter Hades Fuß wieder loskomme. Der steht auf dir drauf. Ach Hades ey. Der ist einfach so kuschelt. Richtiges Spotlight hier. Ja, mal schauen. So, Emerald bekommt noch ein bisschen Speed. Bekommt noch ein bisschen Speed? Hallo? Ja. Vertickst du hier oben oder was? Ja. Was ist denn los? Mach ich. Oh Gott. Emerald kann aber auch gar nicht so viel tragen, ne? Mhm. Ja, 1500 ist auch schon in Ordnung, also. Hades, los, hau rauf. Ne, jetzt häng ich hier irgendwo fest. Wo häng ich denn hier fest? Hallo? Mario schwebt. Warte, ich helf dir mal eben. Vielleicht speichert der Server auch gerade. Naja. Ne, eigentlich speichert er nicht. Hm. Sehr schön. Das hat auf jeden Fall gesessen. Oh, da vorne ist ein T-Rex. Was ist das für ein Rex? Es ist natürlich ungünstig, dass Hope hier mit ihrem riesen Käfig da die ganze Zeit rum steht, ne? Ja. Ist auch schon ne arme Sau. Oh, da kommt ein Rex Level 12 angerannt. Na, das ist doch schön. Hades, komm, lass dich nicht veräppeln. Ich kann ein Kahlchen tragen. Einmal reinbeißen. Gutes. Kahlchen kann 2000 noch was, ne? 2071. Ja. Auch immer mein Quetzi der Begierde, wenn ich farm gehe. Quetzi der Begierde. Ach schön. Ja, Hope kann ein bisschen mehr tragen. Hope kann noch mehr? Ja. Ja und Dings. Emerald kann auch bald noch ein bisschen mehr tragen. Es gilt ein bisschen auch Speed, dass die ein bisschen schnell unterwegs ist. Ausdauerts auf jeden Fall genug so. Die Quetzi stehen da schon mal gut hier, würde ich sagen, oder? Ja. Haben wir vorne wieder richtig viel Platz. Ja. Dann können wir hier theoretisch das Geländer noch eins höher machen, denn einfach, damit ich nicht nach... Also das ist ja meistens so, wenn der Server neu startet, dass die Tiere immer einen Schritt nach vorne machen. Das hat man damals auf 2.1. Genau. Aber eigentlich sollte ja nichts passieren. Aber ich finde, es sieht von oben ganz cool aus, auch mit der Beleuchtung und so. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann gucken wir mal gleich hier. Habt ihr schon mal zufällig nach dem Petri geschaut, ob es dem gut geht? Nein. Habe ich nicht. Ich guck mal nach. Oh, das wäre gut. Wahrscheinlich ist er schon verhungert. Ey, dann hätten wir das auch gesehen. Die Nachricht hätten wir bekommen. Ja, die kommt gleich. Nein. Gibt man die? Weil bei den Todes habe ich nichts gekriegt. Ja, normalerweise bekommst du die. Ihr hört's. Ihr hört's. Sorry, Jackie. Haha. Ja, der müsste noch vielleicht eins drin haben oder zwei. Sechs hat er noch drin. Ach, der ist ja langsam. Ist ein Genießer. Ist halt noch nicht so weit, ne? Mit dem selbstständigen Essen. Das dauert einfach. Der ist noch nicht so. Der will noch nicht so. Ich fütter mal. Genau. Hau mal rein. Helf mal nach hier. Mund auf. Kusche auf. Zack. Rein mit der Faust. Oh, oh, oh. Ne? Dann schlucken wir nicht vergessen. So, dann kann der Zeit da genug drin. Dann kann nämlich auch keiner mehr runterfallen. Sieht auf jeden Fall interessant aus, was du da gebaut hast. Ich habe mal kurz auf den anderen Monitor gelookt. Ja, auch so mit Beleuchtung und so. Ja. So, der Morgan ist da. Ja, Hope versperrt so ein bisschen die Sicht mit ihrem. So, das voll jetzt. Mit ihrem Käfig auf dem Rücken. Uh, ein Ei. Was ist denn das? Ein Turtle-Ei? Nein, ein Ankylo-Ei. Wo ist denn der Ankylo dazu? Mal kurz ausladen. Ich habe noch ein schönes Foto hier. Was macht eigentlich der Turm hier oben? Ich musste kurzzeitig unterbrechen, weil, oh Gott, keine Waffen im Kinderzimmer, ne? Ja, ja. Hast du irgendwen verletzt? Sag mal. Nein. Kein Blut spritzt? Ich habe keine Mauern mehr, deswegen... Ich heiße ja nicht Anny. Ja, was soll denn das? Ich hab gleich die Babys verprügelt hier, wenn sie rausschlüpfen. Zack, jetzt mal zeigen, was lang geht. Aber guck mal, von der Höhe her müsste das so passen, oder? Die untere Ebene da. Ich guck gleich mal. Ich hab mal geguckt, wie groß so ein Rex ist. Eigentlich passt das. Nee, ach, da drüben. Oh, da ist noch ganz viel zu sammeln. Sehr schön. Ja, denk dran, da muss ja noch eine Etage unten dran, ne? Zwei weiter unten. Nee, nee, da drüber kommt die ja. Zwei drüber. Das ist ja die untere. Ach, das ist die untere. Ja, dann passt es auf jeden Fall. Ja. Dann reicht es auf jeden Fall. Und die nächste Leiter kommt dann so ein bisschen versetzt drauf, glaube ich. Ich guck nochmal nach hier. Ja, das reicht locker von der Höhe her. Also wenn hier ein Rex ankommt, dann... Ist es jetzt der Turm rechts vom Tor? Ja. Die Spikes helfen mir auch noch ein bisschen dabei. Von daher, ja, das sollte kein Problem sein. Ja genau, hier die Leiter versetzt, damit man nicht runterfällt oder damit man überhaupt auf der Zwischenebene aussteigen kann. Mhm. Um die Pflanzen neu zu düngeln. Wenn man hier runterfällt. Ne. Ach so, stirbt. Nein. Austesten. Das habe ich schon probiert. Beim Bauen schon probiert. Absichtlich natürlich. Na klar. Na klar. Der echte Profi testet alles. Aber wirklich. Wenn man in dunklen Leitern baut unten dran, dann siehst du halt nicht, wann ist Ende. Also... Ja, das stimmt. Bei uns ist eigentlich die Testperson immer Anni. Ja, aber... Wir lassen einfach Anni auf die Gebäude los und dann... Weiß ich nicht. Entweder fehlt das Gebäude oder Anni. Ja. Als von beiden. Passiert eigentlich immer. Ja. Ist die Frage, wo parken wir denn unsere Geier dann? Also haben wir denn... Oder unsere Petris. Haben wir denn da auch schon irgendwie Pläne? Wir wollten ja noch ein Vogelhäuschen bauen. Ähm, ist die Frage, wo bauen wir das? Immer noch hier oben, da wo es geplant war. Überm... Überm Skorpionsstall quasi. Ah, das rennt. Wäre so das Zentrum, ne? Von der Base. Das wäre eigentlich ganz geil, oder? Ja. Das stimmt. So, ich komme mal zurück. Weil die Geier und Terranons brauchen wir sowieso häufig. Und die Quetzis sind nicht ganz so häufig gefragt. Also die fällen natürlich auch schon oft, aber nicht so oft. Ja. Also ich finde ja, wenn man mal von oben guckt, finde ich unsere Base schon ziemlich beeindruckend. Also... Ich finde auch, dass sie mega aussieht. Man denkt jetzt, dass da hinten noch ein Turm hinkommt. Der Glasturm. Dann in der Mitte der... Der fette Turm noch. Das wird doch richtig geil. Mhm. Also ich finde auch, dass sie super ist. Kann man sich ein Beispiel darin nehmen. Was ist das denn? Soll das ein Baum sein? Ja. War ein Baum. Sieht die Grafik an seinen Fehler aus? Ja, das war so ein schwarzer Ball einfach nur. Achso, das wir letztens auch hatten. Ja, genau. Letztens hatten wir ja da irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Sah aus wie so ein Windmühlenrad. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. So. Ja, dann haben wir natürlich hier das Problem. Also die Skorpione brauchen auf jeden Fall auch was Geileres. Weil die haben ja einfach nur so ein... Weiß ich nicht. So ein bisschen... So ein Unterstand. Im Vergleich zum Rest der Base schon ein bisschen... Naja. Okay. Deswegen haben zwei sich auch verabschiedet. Die hatten keinen Bock mehr da drauf. Ja, wir haben gesagt, ich zieh jetzt aus hier. Alle werden bevorzugt, nur wir nicht. Schnüff. Das haben die so nicht gesagt. Die waren einfach sauer, haben Gift um sich gespritzt und gesagt, ne Leute, tschau. So. Äh, Clemens, schmust ihr schon wieder mit mir? Ist das Clemens? Ne. Antonia. Stomatonia. Dein Töchterchen bewundern hier. Stimmt, das kannst du wirklich mal machen. Du bist ein Wildschwein, sagt Stomatonia hier zu mir. Du bist ein Wildschwein. Einmal mal glotzen. Ja. Da gucken sie sich schon an. Stomatonia glotzt hier die ganze Zeit und guckt auch schon mal, was das kleine Baby Ternodon hier macht. Und ich würde sagen, wir sind schon mal durch für heute in der Folge. Ja. Wisst Bescheid, morgen einschalten nicht vergessen. Dann geht's hier weiter. Mal gucken, was wir dann machen. Ja, da fährt es aber schön sein. Und am Samstag, ne? Ja. Und ganz Neues. Richtig. Und ganz Neues auf jeden Fall. Am Samstag dann nicht vergessen, den Livestream schauen. Ab 18 Uhr ist der Plan. Ja. Genau. Endzeit legen wir jetzt nicht fest. Wir spielen einfach, was das Zeug hält. Denn Primitive Plus und jeder Neuanfang, das kann man nicht planen. Das muss einfach laufen. Ja. Ich seh's schon kaum. Es wird Überlänge. Es wird Überlänge. Wahrscheinlich sitzen wir ja noch am frühen Morgen hier. Naja, irgendwas ist doch immer. Gut, ihr Lieben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao.